Los geht's. Letzte Etappe. 7,7 Kilometer der Strasse vorhin. Auto. Heute ist der 15. April 2015. Heute ist der 19. Tag bei der Reise. Die Reise führte bei Berlin nach Polen. Und Berlin ist schon noch mitgegangen. In Polen haben wir es ja präpariert dazu. Und bei Bezug. Und ursprünglich sollte das nach Ungarn, Rumänien und so weiter. Voldawien, Transistien. Und Bulgarien. Ne, Bulgarien als Hauptziel. Und leider habe ich mich da nicht mehr in getraut. Ich hätte das auch machen können, weil jetzt läuft das. Und die Achse hat angerissen. Hallo. Oh, ha, 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 ha. Ja. Der erste Mal. So. Zeigst du mir. Und dann. Dann bin ich in den Alpen gefahren. Ganz viel in den Alpen. Und ich bin dabei, die Achse jetzt zu halten. Kann man so sagen. Also haben wir uns die Alpen vorgeknüpfen. Und da haben wir geklopft, was am Bus hier ist. Weil von Jumping gefällt. Genau. Das ist auch perfekt. Aber das ist die letzte Tappe hier. Wir wollen noch ein bisschen genießen. So, im Untergang kann man ja noch auf den Platz. Wenn wir zu Hause dann erzählen, was immer noch ist. Heute war zeitweilig. Ganz sicher wenig. Aber... Jetzt hat es uns noch nachgelassen. Was ist es Tappe ist. Dissertalig. Die Nacht nicht. Das ist unheimlich. Es ist noch ein bisschen reineinander. Das heißt, wir hatten. Die Nacht haben auf den Ball in den Ball. Die Nacht hat. Der ist noch nachgelassen. Schnellen. Ärger. Der war nicht. Untertitelung des ZDF, 2020 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 alle Pässe, die gegen die Erreichung voranzubwirken und auch passieren, hallo Roller-Skaten kann ich auch Kommen wir mal wieder, oder? Skaten Oder was war das noch? Skaten vor? So, rollen So, und über den 2016 waren 1.300 Sprich 5 Euro pro Stunde brauchen wir für etwa und 2 Euro und 23 Stunden dauert die ganze Reise Fahrzeug Jeden Tag 12 Stunden im Schnitt Rechte Fahrzeug In einem Kilometer in Zampiken Jetzt kommt Pult Was hab ich noch gehabt? 4 mal im Platz Die Qualität der Schlauch Ich hab ja Schlauchreifen Teilbare Felgen die kann man auseinander bauen und Schlauchreifen Man muss dementsprechend auch die Schlauchreifen wechseln Da hast man noch im Platzfuß auch mal verregen und weil 2 mal Regen gehabt und 2 mal noch mal auf 1 mal vorne 3 mal hinten 3 mal hinten Ja, muss ich noch was ändern nochmal Der letzte hielt ja schon ein paar Tage In 300 Metern am Ende der Strasse links abbiegen in die Elkhofer Strasse 3 links hoch jetzt links abbiegen jetzt links abbiegen jetzt links abbiegen hier sind noch eine andere Gewichtsklassen äh Gewichtsklassen die müssen wenn wir hier fette Bewerbe machen wohl das ist eine andere Gewichtsklassen dann haben wir dann haben wir zum hier Hausdorf behalte es besser das ist das gleiche was egal vielleicht treffen wir sich ja nochmal oder sehen wir es im Feld dann wir stellen da hinten laufen wir auch dann tun wir uns mal zusammen dann treffen wir uns ja also das hat manchmal ganz positive Erfolge das mal das sich auch mal zusammen tut und dafür ist das ja auch alles da so jetzt haben wir uns am Seelängs so jetzt haben wir uns am kleinen Kilometer rechts abbiegen schwimmen Gebiet von der Elbe Bundesstraße 299 in 300 Metern am Ende der Strasse rechts abbiegen auf die B200 409 Bundesstraße jetzt rechts abbiegen